also moment im friedhof des grad von m kurwin da können wir schätze ausgraben klingt irgendwie nicht richtig komm weg besonders vorsichtig mit eurem rückwähner auf eurem rückwähner baldurs tor ich habe von weiten weiteren überfällen auf reisen in der region gehört ich möchte nicht dass mein erst mein bester weiß ich noch mal so lesen da war ich mein bester bruder am ende irgendwo mit dem gesicht im straßengraben landet näher liegt auf dem rücken ist alles gut passt auf euch auf und kommt besser spät als nie ein post meister es ist ein junge wochen er ist gesund und perfekt ich habe ihn nach seinem vater wenn man kommt zu uns sobald urlaub kommst in liebe flora fjord und dem juni auf cool schon wieder ein zusätzlicher weg da könnte man rüber hüpfen und dahin kommen wir wollten aber eigentlich ach komm dann dann gehen wir gehen wir denn wir gehen aber quer feld ein einfach aber nicht direkt zu den quests wenn man einfach umweg dafür speichern wir hier zwischendurch da vorne sind tote und halbtote und da wo es noch mehr droht ist auch hier kommt dann nicht okay die können da nicht so weit rüber hüpfen okay abverstanden den wegnehmer nicht die kommen wieder oder ja die konkrete rüber okay den wegnehmer nicht weil die gruppe da nicht das ganze rüber kommt ähm 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 Ich muss immer weiter gehen. Kommt die da wieder, nehmen wir rüber. So, geht doch. Da ran dir zu schwer, so. Hm, was ist das? Ne, was ist was? Irgendjemand hat was bemerkt. Oh nicht. Was ist da drin? Nicht eine Chance. Ich bin immer noch der Meinung, dass ich einen Verkleinerungs- oder Vergrößerungszauber gelernt habe. Ich weiß nur nicht mehr mit wem. Ich bin immer noch der Meinung. Lass uns gehen. Aber ganz offensichtlich nicht. Das heißt, da passt man nicht rein. Okay, dann nicht. Sehr gut. Okay, hier sind wir aber durch. Okay, da kommen wir da gleich jetzt wieder auf die Straße. Ähm. Unten lang? Ne, Moment. Da lang? Ja. Ja. Lass uns gehen. Wir nehmen einen Bonus mit. Haben wir nur einen Versuch jetzt, ne? Oh, das war knapp. Haben wir keine Inspiration mehr. Weil wir nicht mehr gequatscht haben. Erfolg. Ich bin nur noch ein paar Stunden tot. Wenn du den Körper übernimmst, dann siehst du zwei kleine Pünkturwäunde in ihrem Neck. Und ist es für dich tot genug? Nee, Charisma. Aber ihr wisst was drüber, nicht wahr? Aber wir können Asterion jetzt einschüchtern. Das ist auch cool. Ich mag den sowieso nicht. Der ist immer dagegen. Egal was man entscheiden. Ich... Es wurde von Blut mit Wunden in ihrem Neck. Es wurde von einem Vampire getötet. Ich wollte nichts sagen, weil ich dich nicht wollte. Sie sind ferocious Kreaturen. Aber keine Angst. Ich werde heute Abend warten. Wir müssen uns nicht über Nocturnal-Visitern beschäftigen. Jetzt bitte, gehen wir. Vampire gibt es also auch. Sehr interessant. Da vorne sind wieder viele, viele Tote. Was ist jetzt auch der Vampir? Moment. Oder wir gehen plündern. Natürlich gehen wir plündern. Goblin-Gemälde. Ohne Zeichnung. Krieg ich Männchen. Ähm... Ja. Nimm alles mit. Guck'n Morchel. Oh, daraus kann man Heil trinken. Oh. 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 Moment. 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 Kann man irgendwas herstellen? Nein. Granaten? Natürlich nicht. Ich muss einfach... Das ist... Das ist... Das... Äh... Looten. Es wird alles gelootet. Bei Diablo 2 kann ich das nicht mehr abstellen. Es wird einfach alles gelootet. Es wird alles mitgenommen. Oh. 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 Eine kaputte Laute. Nehmen wir auch mit. Ein Onyx. Es hat sich doch gelohnt. Allein für den Onyx hat es sich gelohnt. Oh. Hier gibt's... Schurkenmorcheln. Können wir aus dem Schurkenmorcheln nicht grad, äh, hier Heiltrinke machen? Ah, also wir können auf ne Schnelltaste alle Sachen extrahieren. Das heißt... Wir können jetzt auch... Wir können jetzt auch... Moment. Altrenke herstellen. Oh, cool. Ich mag das. Gibt uns zwar keine Erfahrung. Schade eigentlich, dass man durch Herstellen keine Erfahrung kriegt. ... Wenn du Gegner angreifst, solange du versteckt bist, überraschst du sie. Was einen Kampfvorteil bietet. Wann haben wir denn hier so? Okay. Raussuchen wäre definitiv was Schönes. Ähm... Okay. Da auf dem Dach. Sieben... 13. Die sind aber nicht so stark. Sieben leben. Okay. Haben aber halt den Höhenvorteil. Komme ich hier irgendwie? Ne. Wahrscheinlich nicht. Keine increasingly deutlich... Keinezeker und rufe. Es muss ja. Bewahrneins hydration. Oh, aber... Ja. Wie schwören. Ja. aber wir kommen rein ohne dass sie uns bemerken das ist gut das ist sehr gut aber wenn wir hochgehen dann entdecken sie uns gleich ja das heißt das ist das maximale was wir gehen können da oben steht einer und mit geld könnte man gerade reden ein moment ich gehe mit allen mal so ein kleines bisschen näherein ich will jetzt auch mal leichen unterwegs sein und das macht natürlich lärm da hinten läuft ein goblin rum wo kommt er jetzt rein nö der bleibt da ich würde gerne irgendwie von hinten auf dieses haus drauf aber das wird wohl nicht passieren dann gehen wir aber die pute ist nicht erreichbar zum glück ist er nicht losgelaufen gehen wir runter zum glück ist ich habe halt kein charisma mit dem die wache hat mich durchgelassen moment die können wir versuchen sie jetzt mit einschüchtert haben ein plus zwei drauf bonus kriege ich nicht ich bin wahrscheinlich so weit weg von schwarzherz nein es wird neun es wird doch es wird neun gescheitert und da war keine inspiration mehr haben er hat mich runter geschubst und dabei die leiter kaputt gemacht jetzt sind wir in einer richtig bescheidenen situation also richtig bescheiden ja moin maßchen er wollte mit keinem content und heißen chat der chat der chat hat zwar kaffee aber ich glaube der kaffee ist das einzige was gerade heiß ist sie sind wieder im halbschlaf wir müssen wir müssen aus dem schussfeld raus kann ich noch spürten so und der ist scheinbar sind wir mit denen noch unentdeckt aber sie haben doch gerade eben schon auf sie geschossen ne den nimmt man nicht mit ähm geht doch mal da hin wobei da kann man reingucken gehen wir da wieder weg moment sie ist unentdeckt sie kann sich ja komplett frei noch bewegen ich komme aber halt nicht mehr aufs haus weil leider kaputt aber das ist doch misst und du bleibst mal da gut die da hinten die sind auch noch nicht in den kampf verwickelt sollte auch ein bisschen so bleiben moment du du packst mal da so gail kommt auch noch mit kann ich denn jetzt mit gail zum beispiel ein feuerpfeil da hoch schicken ja kann ich dann kommt da in den kampf rein ok ist jetzt halt nicht mehr dran dafür kann man mit jenem welchen mit asterion wie gail hat nicht getroffen gail hat nicht getroffen